People, I'm back in the hood! Leute, was ist los? Ich sitze hier! Ich kann es gar nicht glauben! Ernsthaft? Ich habe jetzt... Boah, es ist echt lange her! Oh Gott, ich saß gar nicht gleich im Platz! Das war der Grund... Was war denn der Grund dafür? Schule... Leben! Das war der Grund dafür, wieso ich keine Videos gemacht habe. Und jetzt habe ich auch mein Mikro nicht angeklossen. Ich bin so dumm. Ich hoffe, ich spreche laut genug und der Ton ist nicht kaputt. Weiß es nicht. Das war natürlich auch eine gute Entscheidung. Boah, ich drehe. Ich kann irgendwie zu klauen. Ich fand gar nicht aus wie eine Kuh oder so. Auf jeden Fall bin ich wieder da! Und ich dachte mir, ich fange an mit so einem Infovideo. Viz. was ein Labervideo. Irgendwie so was an der Art. Nachdem ich ein bisschen was zu erzählen habe. Und... ja... Also... Wir fangen mal damit an, was am offensichtlichsten ist. Was am offensichtlichsten ist? Was laber ist eigentlich nur scheiße! Ich habe ja... Eine Reihe gemacht. Eine Faschingsreihe. Ich wollte das Infovideo eigentlich schon nach vorne drehen. Damit ich euch erzählen kann, dass ich eine Faschingsreihe mache. Aber egal! Faschings- bzw. Karnevalreihe. Die jetzt... gestern... Also bei mir ist es gestern. War jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Ähm... Gemacht wurde, bis jetzt fertig geworden ist. Ja... Das waren dann ungefähr 5 Videos. Was dann so ein bisschen die Entschuldigung war dafür, dass so lange keine Videos gab. Hehe... Und jetzt sitze ich wieder hier und erzähle euch irgendeine Scheiße. Weil ich ein bisschen was erzählt habe, wie ich schon gesagt habe. Ich warte, ich wiederhole nicht so oft. Auf jeden Fall! Habe ich in Ferien... Beziehungsweise sind jetzt in Ferien... Habe ich angefangen das Design für den Kanal von mir und meiner Freundin anzufangen. Und wenn das Design schon gemacht ist... Das heißt, dass die Videos auch schon in der Arbeit sind. Und ich satze mich da jetzt echt mal dran und lade die alle hoch. Also die, die ich jetzt schon habe. Und dann setzen wir beide uns demnächst dran... Alle Sachen zu machen und ich freue mich so drauf, das alles zu machen. Ach Leute... Es wird alles so cool. Und... Was habe ich denn noch zu erzählen? Ich bin grad glücklich. Ich bin echt glücklich, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist grad eine gute Zeit. Und es wird demnächst auch noch besser. Wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ich habe ein bisschen am Design rum gebastelt. Für... Mein Kanal. Das wird demnächst auch noch gemacht. Und dann meine Konzepte... Ein paar Konzepte... Dass das hier mal ein bisschen strukturierter wird. Obwohl ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde. Sag mal, finde ich es gut oder so? Dass es nicht so... Einen strukturierten Plan hat? Oder dass es eher so... Ein locker ist? Und... Also das ist eher so... So... Ein bisschen locker. Oder weil ich eher so gestrukturierten Plan... Dass es immer so... So Konzepte gibt. Die dann so abgehen. Nachher am Wochenende ist auch nicht so mein Ding oder sowas. Ne. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Bei mir geht's gut. Und... Wenn's mir gut geht. Und nicht, dass es anderen Menschen auch gut geht. Und wenn's mir nicht schlecht geht, möchte ich auch das euch gut geht. Also eigentlich immer. Das war's eigentlich auch schon. Ich hab's nicht mehr zu erzählen. Nur, dass die Kanäle, die ich euch in der Infobox verlinken werde, jetzt anfangen werden und geplant sind und alles jetzt dann so startet. So. Ja. Könnt ihr aufpassen und abonnieren. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Und... Achja. Meine sozialen Netzwerke wollte ich mal erzählen. Ich hab Instagram. Twitter. Ask M. Und Facebook. Aber Facebook ist nicht so mein Ding. Aber vielleicht werd ich das auch noch irgendwie hinbekommen. Dass ich da noch ein bisschen mehr mache. Aber... So aktiv bin ich eher so auf Twitter und Instagram. Auf Instagram sowieso noch mehr. Auf Twitter und Instagram. Und Ask bin ich auch öfter mal ein bisschen zu Fragen beantworten. Und dann könnt ihr mal gucken. Verlinke ich euch auch alles in der Infobox. Und... Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Mit diesem etwas Lava Video. Was ich irgendwie ziemlich chillig finde. Ich mache sowas auch ein bisschen öfter. Und dann findet ihr irgendwo hier. Ich glaube ich hab die ne neue einkert. Also ich mach mir eine neue. Vielleicht hab ich die dann schon. Findet ihr irgendwo die letzten Videos oder das letzte Video. Und meine sozialen Netzwerke. Und so wie immer eigentlich. Und dann sehen wir uns zunächst wieder. Bis dann. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017